Hallo, ich bin Urs Arneth und unterrichte an der Endli-Bucher Musikschule die Klarinette. Die Klarinette ist ein sehr vielseitiges Instrument mit einem grossen Tonumfang. Man kann ganz verschiedene Musik machen, z.B. Unterhaltungsmusik, Jazzmusik oder natürlich volkstümliche Musik oder auch klassische Musik. Z.B. Unterhaltungsmusik Z.B. Unterhaltungsmusik Also ganz vielseitig und wenn die Klarinette zu gross wäre für einen Anfang, könnte man auch die kleinen Schwester einsetzen, wo man etwas länger greifen kann. Das würde mich sehr freuen. Und die Klarinette ist auch gut geeignet für Partnerunterricht. Das wäre schön, wenn gerade zwei miteinander starten würden. Später könnte man dann auch ins Kadettenspiel eintreten. Das ist eine Gruppe der Musikschule mit 30, 40 Leuten, die auch unter meiner Leitung stehen. Wenn ich dieses Interesse geweckt habe, würde es mich freuen, von dir zu hören. Ich bin übrigens zweimal in der Woche zu Aschismatt. Du kannst es auch gerne probieren. Und wir spielen zum Schluss noch eine Melodie, die du vielleicht könntest. Und wir spielen für Kamerlein so etwas schmeißig. Das sind ein Klinik. Das sind die Klinik. Das ist ein Klinik. Aber vielleicht sollten wir den Klinik. Also können wir das mal nachwella toll. Und wir spielen das Klinik. Es ist ein Klinik. Da ist ein Klinik. Und wir spielen das Klinik. Das ist ein Klinik. Und wir spielen am Klinik.